Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Last Year The Nightmare Und ja, wir sind immer noch in der selben Lobby mit 4 Survivors und dem als Chat Und ich hab jetzt auch mal VoteKiller genommen Also es ist halt immer zu...Tobi hat auch VoteKiller genommen Tobi hat auch VoteKiller genommen Geiler Typ Hey Tobi, was ist los hier? Eigentlich ist das dumm...Oh, The Library Eigentlich ist das dumm von uns gewesen vorhin Wir hätten einfach alle VoteKiller nehmen können Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass einer von uns Killer ist Ja, man muss das Spiel ja... Aber es hat Spaß gemacht, ey, es war so cool Aber auch die Kinder muss man erst mal lernen, ne? Den muss man auch erst mal lernen Wir sind ja neu hier, ist das zweite Mal, jetzt die zweite Runde Nein, du musst das Spiel direkt perfekt beherrschen, Mann Entschuldigung, Entschuldigung Du verdient doch da Geld Boah, der Pickel Boah, der weg voll Oh, süß Oh, loll Was? What? Was? Das ist halt so geil, Alter Okay Da steht Kevin oben, seht ihr das? Auf der Wasserfrage steht Kevin Yo, da steht echt Kevin Ja, ist das hier So, ich war hier Scout Oh, ich bin wieder... Ich bin immer Medic Oh, Geography, ah Ich bin Medic, ich bin Medic, Tobi Ich bin Schocker Man kann zwei nehmen, ist gut Okay Let's stay together Warte mal, ich muss ihn mal in muten Okay Shortcut, okay Cool Was müssen wir zuerst suchen? Wir müssen den Disk finden Die Frage ist aber, wo sind die? Wir bleiben wieder zusammen, oder? Ja, die werden wahrscheinlich gleich angezeigt Die Paaren... Feinde Disks Okay Lasst uns zusammenbleiben, Leute 60 Meter weg Ist im Nachbargebäude Passt auf die... Ja, Disk Let's get the Disk Nein, hier ist nichts Hier ist nichts, alle raus Okay Passt auf die... Passt auf die komischen Klappen auf Die manchmal auf dem Boden sind Das sind so Falltüren Wenn ihr da drüber lauft Kann das sein, dass die einbrechen Oh, okay Hier, warte mal Hey, Tobi, geiler Und dieses Scrap, wenn ihr das findet Dann könnt ihr halt auch neue Sachen mitcraften Das ist echt gut Ah, okay Also ihr solltet immer so ein bisschen rumschauen Ey, warte mal 61 Meter in die Richtung Das hier ist... Hier, wo ich bin Wir müssen halt runterkommen Komm mal, komm mal Also ich kann heilen Wenn jemand Leben braucht Oder Tobi auch, ne? Einfach schreien Nein, ja Nice, alter Pan geht einfach mit der Lanze vorhanden So, weißt du Oh, okay Warte Oh, oh, oh Oh Gott Nein Er blendet Er blendet Er blendet, er blendet Er blendet, er blendet Er blendet, er blendet Er kommt hin Ich kann zu auf Der duft nichts sehen Ähm Au, au 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 Nein, er töte mich Schlag doch So, ich bringe aber nicht so wirklich viel Schaden, ne? Okay, also nicht frontal draufgehen, wenn er geblendet ist, ne? Der hat ne Trap gelegt, genau von Eingang Achso, wusst ihr nicht Ich dachte, dann kann ich den die ganze Tag tun Oh, hinter uns, hinter uns, Leute! Oh, äh, aua, 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 aua. Wieso kann ich denn nicht mehr... Ich kann nicht mehr. Nein, jetzt, genau, jetzt macht er das. Das Ding ist, wir haben eine Klasse, die nur schlagen kann. Das ist echt nicht so geil. Leider ist sofort in der Anzeiwahl, was echt gut. Ja, wir konnten uns halt nicht wehren, das ist das Problem. Ich hatte eine Taschenlampe, das habe ich nicht gemerkt vorher, ey. Schade. So, ich nehme mal den Assault, genau. Aber ich glaube, man kann nix. So, confirm. Boah, sich, Erik! Tobi! Hilf mir! Ja, ja, ich guck mal, wie ich nach oben komme. Ich bin woanders langer. Nein, nein, also, du bist heiler, du solltest... Ja, eigentlich bei den anderen, glaube ich. Scherz ist alleine. Warte doch hier, warte. Oh Gott, Tobi, alter. Hilfe! Wie der Erik rum sneaks. Oh, hast du die Disc? Ja. Nice. Boah, ey. Also, das Ding ist, Erik, du kannst dich nicht verstecken. Also, er kann halt, wenn er unsichtbar ist, kann er durch die ganze Map, einfach so durchfliegen. Boah, der Tobi muss mich außerhalb, ey. Da wurde... Okay. Oh, ich glaube, du rettest mich gerade, Erik. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Tobi, Tobi rettet mich gerade auch. Ja, mach ich. Ich kann schlagen, ich kann schlagen. Oh, Tobi, danke schön. Voll gut. Kann er da gerade nichts machen? Oh, danke schön. Oh, ey, was? Wie geil ist das denn? Was? Was denn? Was denn? Was? Ja, das war eine dieser Pfeilen. Hammer. Freust du dich gerade, weil du tot bist? Ja, ist echt so richtig. War das so geil, Alter? Der Kopf hat Angst und feiert einfach total ab. Das war so geil, Alter. Da vorne ist die da. Oh, der Rektor ist auch da, der neue Rektor. Warte, 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 warte. Oh, da ist der Killer da vorne. Wie gut das einfach ist. Ja, aber ihr könnt hauen, ihr könnt hauen. Aber lass mal da runtergehen, da können wir jemanden holen. Aber der Killer ist doch hier rechts, oder? Oh, Chad ist tot. Chad ist tot. Oh, zu tief, das war zu tief, oder? Nein, nein, ihr habt Fall, der Mensch. Hinter dir, vor sich vor. Oh, mein Gott. Ach, Mist, ey. Warte, ich heil dich. Warte, ich heil dich. Der Tobi. What a gentleman. Ja, okay. Das stimmt, ich glaube, er hat auch nur eine gewisse Zeit, wo er sichtbar sein kann. Kann ich denn die Bomben? Oder war eine Falle? Da war eine scheiß fucking Falle. Hinter dir, Tobi. Oh, nein, 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 nein. Blenden, blenden, blenden. Was ist hier los? Ich seh nix. Ich komm nicht aus der Tür, der hätte die Tür gesperrt für mich. Ja, das war mein Problem auch gerade. Ja, ich kam nicht raus. Ach, schade, Alter. No, don't kill me. Don't kill me. I have three children. Please let me in. Three children. Sorry, ich sag die. Alter, voll in heiß. Alter, voll in heiß. Alter. Oh. My three children will die because of you for survivors. I hate you now. I'm dead. Okay. Very evil person. Warum redest du bitte russisch? Der Russe war doch jetzt mit uns. Oh, sorry. Oh, Mann. Ich weiß gar nicht, wer ich war. Ja, die hätten auch ne Runde. Lass mal alle Vote-Killer machen. Wer konnte die Mollys machen? Keine Ahnung. Also wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen wieder zwei Leute. Es gibt, glaube ich, von jeder Klasse kann man zweimal spawnen. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall zwei Leute, die prügeln können. Okay, alles klar. Okay. Also ich kann eigentlich gut blenden. Ich glaube, ein Heiler reicht. Ich glaube, ein Heiler reicht. Nehmen wir noch jemanden, der blenden kann. Ja. Und, äh, äh, vielleicht Erik und Pan sind dann diejenigen, die schlagen können, vielleicht. Achso, ähm, bin ich, wer ist Blender? Das siehst du, glaube ich. Warte mal. Choose. Ja, du kannst ja gleich choosen, oder? Achso, ja, genau. Es geht, glaube ich, um Korrektur. Ja. Weil blenden kann ich eigentlich ganz gut, wenn er, wenn ich weiß, wann er rauskommt. Ja, wir lassen es jetzt doch ankommen. Ich bin ready. Oh, ich kann nicht mehr Vortekiller machen. Ah, schade. Oh, schade. Kann ich unready machen? Ne, kann ich nicht mehr. Egal. Egal. Ey, du bist ein wunderschöner Troy, bist du. Güm, weiß nicht. Oh Gott, ey. Ich finde aber, die Grafik sieht er echt nice gemacht. Also, das sieht echt gut aus. Ist das auch die Apex-Engine? Ich, nee. Ich verstehe aber, ich glaube, ach, nee, das ist die Unreal, glaube ich, ne? Ah ja, stimmt. Ich verstehe aber, warum wir alle Menschen, alle Leute brauchen in der Gruppe. Ja. Das ist halt echt gut aufeinander aufgeteilt, finde ich. Mhm. Also, ich bin kein Killer. Ich mach euch jetzt fertig. Wart, Tobi, echt? Wart, Tobi, nein. Nein, nein, Tobi. Ich bin's. Hä? Echt? Ja. Ja, Curry ist nicht hier. Oh, nee. Alter, Alter, vier, Alter. Instant, Alter, vier. Ich hab keine Ahnung, was abgeht, Alter. Ich weiß es nicht. Aber ich spawne noch gar nicht. Also, ich kann das gar nicht machen. Er hat keine Ahnung, ist klar, Curry. Tobi, die stört sich als erstes. Ich ziehe in meinen Keller rein und ziehe. Ich weiß. Das ist Standard. Oh, warte mal. Ich sollte mit euch nicht gehen. Da lass ich nicht zwischen meine Beine gucken. Verstecken kann man sich hier nicht, ne? Nee. Hä? Fines of you. Ah, alles klar. Add you. Add you. Add you. Add you. Okay, Tobi, du darfst da gar nicht zuhören, gerade, ne? Achso, soll ich mich mit dem Jungen? Kann man zusammenbleiben, bitte? Nein, nein. Wir bleiben mal zusammen. Wir folgen Sidesheak. Sidesheak, we follow you. So, wie geht denn das jetzt? Der Survivor macht hier alles richtig, muss ich sagen. Also, wir haben jetzt hier, wir machen jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was ich tu. Hä? Fuck. Nice. Ich habe keine Ahnung, was ich tu. Wirklich keine. Muss ich das hier irgendwie nehmen? Very good, very good. Awesome. So, wir brauchen noch mehr. Okay. Ja, ja, ich folge immer einfach, der kennt ihn. Ja, moin. Ja, we follow. Vielleicht hier in das Loch rein? Hier, hier vorne. Okay, du warst schon am Ausland. Eee. Ah ja. Kommt ihr da rauf, oder? Nice. Yes, 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 of course. Raub, raub, raub. Oh, ich bin so doof schon wieder, ey. Curry, jetzt ist doch mal gut hier. Right by you, my friend. Ja, moin. Ah! Ah! Curry. Eeeh, hee, hee. Curry, das tue ich jetzt aber nicht so gut. Wie kann ich denn wieder unsichtbar, wie kann ich denn wieder... Wie kann ich denn wieder... Ah, okay, so kann ich wieder meinen Modus geben. Hey, Curry. Tschüss. Curry, wie gibt's denn? Scheiße, ey. Was denn, wieso? Was passiert? Wie sehe ich denn jetzt? Curry, hast du Spaß? Ja, ich hab echt Spaß gerade, also das ist echt lustig. Okay. Was reden die eigentlich die ganze Zeit? Die Charaktere. Okay. Hä? Hm? Oh, Pan. Pan, was denn? Nicht pupschen, Pan. Dankeschön, Curry. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Grüß Gott, I fought it. Awesome. Geh mal groß, Alter. Ich muss groß? Sorry, ich muss los. Hey, Pan. Hey, wake it up. R-Russian awesome. Drive the lane. Okay, wir mal was. Da kommt fürst du mal was? Genau, Pan. Pan, aktivier mal. Ja. Und ich hab's jetzt aktiviert. Und jetzt? Oh, Achtung, Vorsicht, da ist Curry. Vorsicht, da ist Curry. Oh, ja. Ja, moin, Alter, was geht ab? Tschüss. Der Curry, ey. Aua, Hilfe, Aua. Sehr gut, sehr gut. Oh, Gott. Wiener auf. Nein. Schwingt der dahinter her? Hilfe, was macht ihr denn? Oh, Pfeil. Curry ist abgeschlagen. Oh, Gott, ey. Okay, let's go. Oh, Gott. Ich check manchmal überhaupt nicht, wo die Fallen sind. Go, go. Danke, Curry. Äh, danke, Tobi, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich hab's gerade, ey. Danke, Tobi. Ich hab' ne Überraschung für Curry gleich. Echt? Zeig mal. Ja, komm doch her. Ich bin echt gespannt, was du mir zeigst, Pah. Ja, ganz cool. Geht's hier überhaupt noch weiter? Ich brauch noch ein bisschen länger, um ins Spiel reinzukommen. Wie Curry hat er gerade mit seinem Heslon-Killer gerade so um die Ecke gecrawlt. Das war... Ah, jie. Warum fährst du so hin, Curry? Ich fahr spazieren. Curry, lass mich mal fahren jetzt. Guck mal, was ich hab. Ich hab was ganz tolles. Wo ist der? Ah, he's coming. He's coming. He knows what we are doing right now. Nee, das stimmt gar nicht. Shit out of here. Oh, no. Was? Offen aus der Wand, komm mal her. Der Curry ist 100 pro hier. Na, der beobachte uns gerade. Was? Nee, mach ich gar nicht. Doch, genau das tust du. Hier sind immer fallen, there are traps everywhere, there are traps, traps everywhere, up there. Currywurst ist a fucker. Vorsicht, der kommt. Oh mein Gott, der kommt. Oh mein Gott, der kommt. Oh mein Gott, der kommt. Oh Gott, was mach ich? Ich weiß gar nicht, was hier angeht. Es gibt Ende und brennt. Ja, nice. Hilfe. Aua. Oh Gott, Hilfe. Okay, alle trapsen. Traps on this side. Der muss wieder raus wegnehmen. Alter. Getty. Oh, wow. Quatsch. Ey, das ist so betrieben, Alter. Ich stelle mich mal nebenan. Ich komme überhaupt nicht klar. Ich muss das wieder aufladen, Alter. Baby, den hab ich denn da so weggeworfen. Wer war das? Das war der Russe, der geschrien hat. Ich bin weiß, Alter. Mal gucken, wie verbrauch ich das? So, escape. Where to? Oh, we're there. Vorsicht, trap, 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 trap. Another trap, another trap right here. Oh, Vorsicht, der ist da drüben an der Tür. Oh, nein. Fuck, Tobi. Tobi, alles okay? Ja, moin, Alter. Wollt ihr den nicht holen, hä? Soll ich dich holen? Komm. Nein, haut ab. Tobi, Alter. Lass mal kuscheln, Tobi. Was geht ab, Alter? Hä, Tobi? Alter. Alter. Wie hier überloch fallen sind. Wie machst du dir denn? Okay, nice, nice. Okay, we gotta go. Tobi, Tobi, run, run. tobi, nine Sekunden, los, los, los. Tobi, 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 Tobi. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein, wie gemein. Ich dachte, Tobi hätte dich gekillt. Mit uns alsinya gekillt. Ach, ich dachte, ich dachte, viel nachgericht. Alter, wie knapp. Eine Sekunde mehr, ey. Eine Millisekunde war das echt. Achso, du warst der Erste, den ich runtergezogen hatte, ne? Ja, ich bin wieder aufgestanden. Achso. Ich dachte, du wärst getorben, Alter. Getorben? Getorben, ja. Tobi. Oh, Mann. Ja, nochmal hier. Los geht's. Alter. Heilige Scheiße. Hältst du aus die Ragnar-Logborg da, der Killer, ey. Ich bin's. Ah, keine Ahnung, wie da hab ich's da. Ah. Ich hab Vikings aufgehört, wegen denen zu gucken. Wegen Hauptcharakter. So. Heilige Scheiße. Okay, haben wir wieder ready, oder was? Ja, let's go, Alter. Ich bin total bereit, Alter. Ich bin richtig bereit. Curry als Killer will ich aber nicht nochmal haben. Das ist echt nicht so einfach, ey. Vor allem, wenn ihr wirklich gut zusammenarbeitet. Der Erich war... Was? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Ich fand das voll problematisch, wenn immer jemand hier einen anderen Charakter hat. Ich kann mir das gar nicht merken, weil hier ist das so viel neu und dann, ja. Spielt aber auch keine Rolle eigentlich, wer wer ist. Die Klasse kannst du doch wählen, oder? Ja, das ja. Ne, Charakter meine ich, weil ihr jetzt immer alle gewechselt habt. Ja, aber das ist ja egal. Für mich ist Tobi jetzt einfach dauerhaft die Zahnspangenfrau. Achso, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Deswegen renn ich immer der Zahnspangenfrau und dann ist das jemand vor ihr andern und es ist... Außer dass Tobi jetzt Killer ist. Okay. Okay. Commander Keen 4.exe. Kevin. Kevin, da ist es wieder. Das haben wir vorhin noch nicht geschafft. Ne, hau mal nicht. Ey, wer ist das denn? Ich bin nicht der Killer. Ich hab hier. Wer ist der Killer? Tobi? Ne. Ne, 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 ich bin hier. Wer ist denn dann der Killer? Pan ist der Killer. Oh nein. Achso. Oh. Pan ist der Killer. Oh nein. Ey Pan, was geht da? Ganz kurz Pan. Du kannst, mit E und F kannst du jemals unsichtbar oder sichtbar werden. Okay, alles klar. Du musst halt, um sichtbar zu werden, musst du immer außerhalb der Sichtweite von uns sein, weißt du? Okay, alles klar. Danke. Cool. Ach, man kann die Fallen verstärken, man kann Quick Travel machen. Alter, es gibt noch so viel mehr, was wir hier machen können. Okay, Leute, wir bleiben bei euch. Wir müssen zusammen bleiben, unbedingt. Okay, ich hol die Diskette gerade. Ja. Okay, du holst die Diskette, wir sind bei dir. Da musst du aber erstmal trotzdem echt reinkommen in das Spiel. Ja, aber mega, man muss mega reinkommen. Warte mal, ich auch nochmal schnell. Also, Looten ist halt so wichtig, ne? Glaube ich. Hä, ihr geht weiter in die andere Richtung, ihr seid da oben, ich komm da hoch. Kannst du hauen, Tobi? Warte mal, Erik, der Tobi kann hauen, warte kurz. Ja. Ich kann halt nur heilen, du kannst blenden, ne? Hä, ich weiß gar nicht, wie kommt man denn da hin? Das ist ganz woanders. Keine Ahnung, das ist irgendwie auf dem Dach oder so, oder? Warte mal, hier ist noch ne Tür. Wie kann man denn Pfeilen setzen? Äh, mit Linksklick einfach, die kannst du aber nicht immer setzen. Ah, okay. Zum Beispiel nicht, äh, paar Füße vor uns oder so. Du musst halt mal so ein bisschen mit, äh, mit Abstand das machen. Warte mal, warte mal, ich craft grad Molly, Moment. Ja, warte, der Tobi ist grad alleine. Oh. Ich bin nice, Tobi, komm. Ich hab Molotov. Ah, cool. Ich kann meine Items noch verbessern, das ist ja nice. Ja, ja, genau, mit dem Loot kannst du das machen. Ich hab Molotov. Ja, nice. Wir müssen nach oben irgendwo. Hier ist das Klo, da geht's nicht nach oben. Get you ready to watch? So, du kannst halt glaub ich auch, also der Typ mit dem Crafting Kit, kann halt glaub ich auch für uns dann Sachen craften. Zum Beispiel, äh, äh, Flashlights oder so. Mist, Mist. Okay, Erik, du hast die Diskette, ne? Ja, okay, das sieht nicht so gut aus. Wo geht's denn hier hin eigentlich, wenn wir traveln, wo geht's denn da hin? Oh, Erik, vorsichtig, Alter. Oh. Oh, krass. Soll ich heilen? Oh, lol. Paar, du Drecksau. Ja, aber echt. Wenn ihr Leben braucht, sagt Bescheid, ne? Ich kann heilen. Okay, komm ich da rein? Ich pass auf euch auf, Leute, ich lass das nicht zu. Moin, Sidechick. Ja, Moin, was geht ab? Und hackt die Bude. Ja, geil, Erik. So, geil, Alter. Guck mal, da key ist installiert. Jetzt fehlt noch Doom.exe. Okay, noch ne. Let's go. Oh, ne, hier ist ja falsch. Komm, da rüber. Oh, ne, hier ist die ganze Tür hier verbarrikadiert, voll gut. Ja, das geht halt auch. Aber ich weiß nicht, ob man dafür eine bestimmte Klasse braucht, oder so. Auch Vorsicht. Boah. Boah. Wir gehen mit dem Forster, weil wir es einfach mit. Boah. 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 Ich heil dich Tobi, kein Problem. Ich heil dich. Ich heil dich. Nice. Echt schwierig. Ich bin die ganze Zeit vorsichtig hinterhergelauscht. Ich lauf die ganze Zeit hinter euch. Ich denk so, hä, hören die mich nicht? Sehen die mich nicht? Okay, raus hier. Okay, raus hier. Pan, achte mal auf die Umgebung, manche Dinger scheinen weiß und dann kannst du dich da so rein verstecken, weißt du? Okay. Ist ja super, danke für die Tipps. Oh ja, das muss der Killer sein ist ja jetzt auch ein bisschen komplizierter noch. Naja, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Also ich find's aber geil, dass er nicht übermächtig ist, weißt du? Ja, ja, das stimmt schon. Das fand ich bei DPD halt immer so ein bisschen nervig, weil er halt echt zu übertrieben war. Hack the first computer, wo ist denn der Computer? Hack the first computer, hack the first computer. Ja Leute, auf geht's. Braucht ihr mein Leben? Ey Leute, braucht ihr ein Leben, ey. Ich brauch echt mein Leben langsam. Vorsicht, sag dir da ja. Der macht ja auch wieder zu jetzt, ne? Ist voll krass. Ja, warte mal, der eine fehlt aber noch. Okay. Okay. Der Computer ist rechts. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich hab gar was gehört. Ich weiß nicht, ob da eine Falle platziert wurde. Oh Gott. Er spielt kein Klavier mehr. Man töte uns mal bitte nicht jetzt, ja? Okay, pass mal kurz auf. Ich mach mal eben kurz hier, äh. Oh geil, Lemminge. Oh. Auf geht's. Alle überleben. Zack. Oh, hier kann man fast traveln. Ja, wir müssen noch einen Computer hacken. Pass auf mit dem, mit dem, mit dem Schacht da vorne. Ja, wollen wir fast traveln? Durch Schacht? Ja komm, let's go, oder? Ja komm, lass mal machen. Ich weiß zwar nicht, wo es hingehen, aber egal. Tschüss. Ich hab's gehört, ja. Oh, ich hab's gehört, was kommt von unten rein? Oh, gegen 4 Survivors. Nein, 4 Survivors. No. Warum rennt der denn da runter? Ey, der rennt da runter. Was macht der denn? Bleib doch hier. Warte mal, ich muss den heilen. Ich muss den heilen. Der weiß auch. Fahne, Alter. Fahne, du bennst. Kann ich sonst noch was machen, oder nur das? Warte mal, ich muss den heilen, ich muss den heilen. Ich muss den heilen, ich muss den heilen, ich muss den heilen. Ich muss den heilen, ich muss den heilen. Ach, fuck. Oh Gott, ah, Pardu, wegsau. Du Arsch aufsau, Pardu. Aber wie kann ich denn so Special Attack machen? Ach so. Ich weiß gar nicht, ob der Killer irgendwie... Oh, lol. Oh, lol. Warte, bleib. Stopp. Oh Gott. No, Tony, Alter. Nein, du bist da jetzt so. Ey, wo lieg ich denn hier mit meinem Kopf auf die ihren Arsch? Ja, nein. Bitte nicht furzen. Auf Vorsicht, ne Falle. Äh, äh. Warst du kaputt? Okay, nice. Ipan hat furze in ihren, in ihren komischen, komischen Schrecken abgefüllt, ey. Dann ist der I-Bot-McNugget, ey. Rescue Sajik. Aua. Okay. Braucht ihr mal ein Healing? Ich finde ein wenig gefallen. Nee, nee. Okay, soll ich, soll ich losgehen versuchen? Warte, 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 warte. Wenn, dann machen wir's zusammen. Warte, wir hacken das gerade und dann können wir vielleicht den retten. Wenn ihr wollt. Okay. Oh, Chad, alter, der hat richtig was hinter, im, im Kopf. Warte mal, kann ich noch, kann ich noch? Health Regen, nee, kann, oh doch, kann ich. Health Regeneration. Guck mal, was ich abkarriert. Nice, das wurde es aufgestraftet, leider. So, Erik, schön fasst du das. Sehr schön. Aber wo bist du da? Kannst du mich gerade sehen? Ey, Erik ist alleine. Nein, natürlich nicht. Erik ist alleine. Oh ne, Erik, was tust du? Hä? Oh Gott, Erik, Erik. Du bist unsichtbar. Ja, sie ist auch unsichtbar. Sie kann, also sie hat ja einmal einen, einen Baumodus quasi für die Fallen, da kann sie nichts machen in der Zeit. Ach so. Und einmal ein Sichtbarkeitsmodus. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass sie zum Beispiel direkt hinter dir spawnen kann. Also wenn du nicht in der Sicht... Was war das denn? Ah, okay. Ich heil dich kurz. Alter. Ich heil dich kurz. Voll geil. Wenn du, wenn du den heilst und der wegrennt, dann läufst du automatisch hinterher, während du das gedrückt hält. Aber das Gute ist, wenn sie sich jetzt um mich konzentriert, könnte jederzeit schon mal alles andere machen. Das ist schön, das ist natürlich unsere Taktik, Erik. Aber wir müssen jetzt helfen kommen, Mann. Ja, eben, wir kommen jetzt helfen. Ich muss, glaube ich, noch mal ein paar Dinger hier zu craften. Ach, habe ich schon. Nice. Tobi, mit deinem Baseballschläger, wie er einfach voraus rennt, so weiß ich. Oh, komm. Warte mal, ich heil dich, ich heil dich mal kurz. Ich heil dich mal kurz. Okay. Ey, kein Problem, Mann, Princess. Oh Gott, er hat wieder gefurzt. Schnelltravel. Oh. Juhu. Oh, hey, Alter, was denn hier mit passiert? Ja, kommt ihr mit? Lass mal zusammenbleiben. Ja, ja, wir warten. Wir warten. Okay, nice, da kommt ihr. Sehr gut. Super, machen wir das, Leute. Die Panik was aus, ich weiß es genau. Ja, natürlich, sie warten nur auf den richtigen Moment. Das ist halt das Ding. Pan. 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 Aber weißt du, was geil ist, Pan? Wir sind gegen deine Fürze immun mittlerweile. Du kannst sonst gar nichts panen. Hauptsache, der Molotow-Cocktail ist so eine... Oh, hier hat sie eine Falle platziert, die trägt sie auch. Da vorne ist sie. Moin, Pan, was geht ab? Pan, bist du böse. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, nein. Tobi, oh, Alter. Tobi, ich heil dich. Ich hab dich, hab dich. Scheiße. Nice. Ah, das musst du alles erst mal checken, ey. Scheiße. Ja, Pan, keine Sorge. Ja, ja, ja. Ha, nicht in die Falle schicken. Cool. Okay, nice. Cool, cool, cool. Braucht noch jemand leben? Hecke die, hecke, hecke. Vorsicht, vorsicht, ist eine Falle. Ey, Tobi, ich geb die... Ey, was mit deinen Augen, Alter? Oh, die Sch... Ah, die Schupps sind doch nicht gefallen. Oh, Vorsicht. Deine Augen waren grad komplett woanders. Oh Gott, muss ich gehen. Ey, jetzt will ich mein Zuhause hier pennen. Hä? Ähm. Okay. Oh Gott. Ähm. Ich glaub, wir müssen da durch. Ich, äh, bleib mal hier oben bei ihm. Ja, ja. Müssen wir hier durch? Nee, 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 wir müssen da nicht durch, oder? Ich nicht. Doch, wir müssen da durch, oder? Geht das Tor auf? Ja. Komm, Leute, auf geht's. Hä? Wie seid... Ach, Alter. Hop, 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 hop. Warte, 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 warte. Irgendwie über die Bücherregale oder sowas. Na ja. Oh, shit. Okay, es ist da, es ist da. Komm, 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 Leute, komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Man. Raus, 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 raus. Mann, kann's das noch? Warte durch. Da war noch ne Falle. Oh. Ja, geht nicht. Was macht der Russe? Was macht der denn? Go, go, go. Go, go, sidekick. Machst du Texte auf? Ach, scheiße, geht nicht. Der hat noch ein Foto von dir geschossen. Ich bin im Schwitzmodus. Ja, nee. Alter. Ah, Hase. Ja, aber Panis ist halt wirklich nicht einfach, Alter. Ich hab, ich hab's ja auch genauso gehabt. Nein, nein, ich hab das erste Mal Akila gespielt. Also ich mach mir jetzt mal gar keine Vorwürfe, aber... Ja, hoffentlich. Ah, das Spiel ist echt. Dann wird sich ja trotzdem immer so ein bisschen... Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ja. Direkt noch ne Runde danach. Das Geile ist, Pan, wenn du irgendwann weißt, wenn man irgendwann weißt, wo die Fallen so sind, du kannst halt echt geile Aktionen machen, so weißt du. Auf jeden Fall. Da freu ich mich halt echt drauf, ey. Ah, joioioi. Puh. Aber Pan, du siehst echt gut aus. Ja. Ja, danke. Total Failure. Hahaha. Ihr Schweine. Oh. Ja, dann in der nächsten Folge sehen wir uns doch wieder, würde ich sagen, ne? Wollen wir nochmal? Ja, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Ja geil, Leute, auf geht's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.